Der Minitag der katholischen Jungschau der Diäzöse St. Pölten findet heuer bereits zum 15. Mal statt. Wir feiern ein großes Jubiläum in diesem Jahr und sind im Stift Zwettl im Waldviertel zu Gast, voriges Jahr in Göttweig. Und wir werden diese gute Tradition fortsetzen. Mit diesem Tag wollen wir ein großes, großes Dankeschön an all die tausenden Kinder und Jugendlichen sagen, die in unserer Diäzöse ehrenamtlich ministriert. Sie opfern viele Wochenenden, viele Tage und mit diesem Event hier wollen wir uns bei Ihnen bedanken. Ich heiße Sebastian, wohne in Kirchbach. Ich bin auf dem Minitag mitgefahren, weil es viele lustige Spiele gibt. Ich heiße Teresa und ich komme aus Lohn. Ich bin zum ersten Mal beim Minitag. Ich finde es sehr schön. Ich bin Alexander und komme aus Guttenbrunnen und ich bin das zweite Mal am Minitag, weil es mir voriges Jahr so gut gefallen hat. Unsere ca. 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Tag mit einer gemeinsamen Messe gestartet und jetzt sind wir gerade mittendrin im bunten Workshop-Programm. Es gibt verschiedene Bereiche, fünf große, nämlich den Rund-um-die-Welt-Bereich. Da geht es ganz um das Thema Ist-was-Gscheites, gute Ernährung, faire Ernährung. Es gibt einen Action-Adventure-Bereich, der alles im Sektor Spaß, Spiel und Sport bietet. Es gibt einen eigenen Mini-Bereich. Es gibt einen Kreativ-Bereich. Es gibt eine Kloster-Rallye, in der man den Stift entdecken kann. Es ist einfach für jeden etwas dabei und diese Workshops sind jetzt noch voll im Gange. Das sind über 150 Workshops und gipfeln wir das Ganze dann in einer großen gemeinsamen Abschlussshow, die ganz im Zeichen des Geburtstags des Minitags stehen wird. Ich heiße Gabriel, bin seit vier Jahren Ministrant in Abelsbach und bin schon zum zweiten Mal auf dem Minitag. Mir hat auf diesem Minitag sehr gut gefallen, was Quidditch spielen. Ich bin der Matteo aus Abelsbach und bin das zweite Jahr Ministrant und das erste Mal da auf dem Ministrantentag, weil ich sehen wollte, wie das ist und bis jetzt hat es mir gut gefallen. Ich heiße Marcel, ich komme aus Altmelun und ich bin dieses Jahr am Minitag, weil es so tolle Spiele gegeben hat. Ich bin die Viktoria, ich komme aus Altmelun und mir hat dieses Jahr die Schnitzeljagd sehr gut gefallen. Ich bin die Laura und ich komme aus Lohn und ich bin heuer das erste Mal auf dem Minitag. Und ich werde das nächste Mal wiederkommen, weil es mir sehr gut gefallen hat. Ich bin die Lena und ich komme aus der Lengau und ich bin heute das erste Mal hier und mir hat es sehr gefallen, wie wir die Baden gemacht haben. Eine schlechte Nachricht, nächstes Jahr wird der Minitag leider nicht stattfinden, aber es muss niemand enttäuscht sein. Stattdessen gibt es in Herzogenburg das große Tingeltangel, ein Jungscherlager und Ministrantinnenlager, der Ultimative mit 1000 Kindern. Und in zwei Jahren, 2017, gibt es dann wieder einen Minitag in einem Stift unserer Diözese. Den Ort werden wir noch früh genug bekannt geben. Wir haben eine richtige Geburtstagsfeier für euch vorbereitet. So richtig nämlich. Unser Minitag hat nämlich das erste Mal 1997 im Stift Göttwerk stattgefunden. Damals noch mit ca. 700 Ministranten und Ministrantinnen. Heute weit mehr. 2400 Kinder und Jugendliche sind mit ihren Begleitpersonen gekommen. Ich glaube, das ist einen Riesenapplaus wert, oder? Einen Applaus für 2400 Ministrantinnen und Ministranten! Wir haben die Wünster! Es ist so schön, dass so viele Ministranten heute da dabei sind. Und ich darf alle Ministranten auch nochmal im Namen von der Diözese begrüßen. Der heutige Tag soll ein Dankeschön sein von der Diözese an euch, an die Minis und an die vielen Begleiterinnen und Begleiter. Beim Durchgehen habe ich schon so viele Pfarrer, Kaplene, Diokone, Pastoralassistentinnen, Religionslehrerinnen gesehen. Das ist eine Freude, wenn man so viele wiederseht. Vielen Dank für eure besondere Aufgabe. Das ist eine besondere Aufgabe, wo man viel fürs ganze Leben lernen kann. Zum Beispiel, dass man sich verlassen kann auf mich, wenn ich eingeteilt bin, dass ich auch komme. Dann, dass man zusammenhilft. Dann schaut man immer, wer ist noch heute alle da zum Ministrieren. Und dass man die Aufgaben gut aufteilt. Und man ist dann oft bei einer Messe dabei und kann so gut in Kontakt sein, mit Jesus eine gute Freundschaft da pflegen. Dann patienten, auf mich nicht ans accents, wird konnt. Dann geht's mal library, vier, 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 vier!... Bravo! Ihr seid super! Alle nach vorne! Nicht nach vorne, wir nicht! Drei, zwei, eins! So! Jetzt ist's jetzt! Das ist jetzt gut! Musik